Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg Zock. Guck mal an, ich wollte ja eigentlich, ähm, Moment, ich muss aber schnell gucken, haben wir denn alles geladen? Ich wollte ja eigentlich das ganze privat zu Ende bringen, diese Reiterei nach Rathai runter, jetzt sind wir aber trotzdem überfallen worden. Deswegen werden wir jetzt hier mal kurz gerne ein Kämpfchen, weil wir sind hoffnungslos überladen. Soviel zum Thema, aber den mit seinem Kluppel müsste man eigentlich relativ einfach besiegen können. Habe ich denn gar kein Schwert geladen? Waffen, Stichel, doch, haben wir doch einen Mann, zieh den doch. Jetzt, ne, jetzt steckt er ihn weg, warum konnte ich den nicht und der guckt auch nur doof? Sind wir wirklich im Streit? Offensichtlich ja. So, aber der sollte, wie gesagt, kein grosses Problem darstellen. Tut er auch nicht. Ähm, wir plündern ihn gleich mal. Hast du was Schönes dabei? Ähm, Fackel, Stiefel, Schnaps, lauter Käse auf Deutsch gesagt, brauchen wir alles nicht. Aber den Schnaps, den könnte man natürlich noch mitnehmen. War da nicht noch einer? Doch, schau mal an. So, wir schleppen uns. Aha. Ja, okay, das können wir uns schenken, dem kommen wir nicht nach. Nicht, wenn wir so überladen sind. Und mit dem Bogen komme ich da auch nicht hin. Wir bräuchten unsere Plötze wieder. Ähm, ja, das passt eigentlich soweit. Sollen wir das jetzt doch zusammen machen? Lasst uns das doch doch noch zusammen machen. Ich wollte eigentlich gucken, wie spät es ist. Das war eigentlich die Idee. Mal schnell gucken. I, Time. Ja, mitten in der Nacht. Okay, wir reiten jetzt nach Rattai. Stimmt das? Nein. Nochmal einmal drehen. Wir wurden hier aufgehalten. Wir lassen die Leiche natürlich mal liegen. Schwert können wir eigentlich wieder wegstecken. Das brauchen wir im Moment nicht. Das hätten wir jetzt tatsächlich auch mal vom Pferd aus eigentlich versuchen können. Das war tatsächlich M. Mal einen berittenen Kampf machen. Das ist mir leider jetzt auch erst wieder eingefallen, nachdem ich jetzt hier wieder auf dem Pferdchen sass. Jetzt müsste man noch wissen, ist das der richtige Weg? Doch, ich glaube schon. Im Prinzip reiten wir jetzt, glaube ich, nach Neuhof. Wenn ich mich nicht täusche. Und dann geht es von da dann runter. Und ich hoffe nur, das lohnt sich alles. Aber sonst haben wir da unten wenigstens eine Kiste. Ähm, in Rattai. Sprich, wir könnten die ganzen Sättel und Gewänder und so weiter da mal deponieren. Oh, hier ist sicher auch wieder irgendwie was. Hallöchen, Leute. Heilige Maria, Mutter Gottes. Kann man helfen? Plündern. Wir plündern mal, bis wir gestört werden. Was habt ihr Schönes dabei? Oder müssen wir da helfen? Ich glaube, da müssen wir helfen. Oh, ein Kommunionsdienst. Äh, irgendwas. Moment. Wem müssen wir helfen? Bandit. Rächter. Scheiße. Aha, da ist so ein Kollege. Werden wir uns mal um dich kümmern. So, das sind wieder zwei Stück. Das ist natürlich Käse. So, schlag doch auch mal zu. Wollte ich gerade vorschlagen. Aber doch nicht, wenn ich hier... Moment. Nicht, wenn ich gerade nicht gucke. Oh, da kommen noch Pfeile daher. Von wo kommen denn die Pfeile her? Wer schlägt denn auf uns ein? Warum sehe ich denn plötzlich nichts mehr? Ah, es ist halt irgendwie doof, zu kämpfen, wenn man überladen ist. So, den haben wir. Jetzt müssen wir den hier noch haben. So, ganz ruhig. Da kommen immer noch Pfeile daher. Ja. So, ein bisschen konzentrieren. Ne, das war eigentlich für ein Gerücht. Ah, hier haben wir die Pfeile, die treffen eigentlich ihn. Jetzt ist halt die Frage, ist das ein Feind, der die Pfeile schiesst? Oder hilft uns der ganz bewusst? Oder ist das wieder einer, der nicht wirklich zielen kann? Und je nachdem können wir dann tatsächlich schon mal wieder kurz ins Badehaus da hinten. Weil wir kriegen hier doch auch ordentlich Schaden eigentlich. Zu viel für meinen Geschmack. Komm, stell dich nicht so an, Heinrich. Der Mann müsste doch zu besiegen sein. Oh, jetzt hat er einen Pfeil gekriegt. Okay, die waren doch auf unserer Seite. Wir plündern den mal. Halt, hier auf. Äh, Moment, alle. Hier rauf. So, jetzt habe ich es geschafft. Beckenhaube mit Nasal. Wow. Okay, das ist aber alles nicht allzu viel wert. Dolch. Dolch haben wir. Aber ich glaube, einen Dolch kann man immer nehmen. Den brauchen wir. Und den Rest. Ja, die könnte man halt auch verkaufen. Wisst ihr was? Wir sind ja sowieso überladen. Warum nicht einfach die Sachen trotzdem nehmen? Jetzt haben wir hier aber noch ein paar Kandidaten. Mein Gott, sind wir überladen. Wächter. Ein Bandit. Da wollen wir natürlich nichts machen. Aber hier wollen wir noch schnell plündern. Nicht sonstiges. Was habe ich denn hier immer? Dich brauche ich. Hui. Eine Eisenhut. Ein Falchion. Das ist allerdings... Das heisst wohl, dass es eher defekt ist. Dann können wir das lassen. Da hinten war doch noch irgendwie so ein Kelch. Beim einen. So, ich denke, das hat sich ziemlich gelohnt. Auch wenn wir uns halt ein bisschen verletzt haben. So, da der goldene Zierkelch. Was macht der denn? Feinste Handwerkskunst. Also einen solch rechten Kelch. Okay, nehmen wir. Beckenhaube mit Visier. Können wir auch nehmen. Eben, weil wir sowieso überladen sind. Nehmen wir die Sachen auch mal mit. Hat der noch ein paar Groschen oder so? Ne, aber ein Brot hätte er. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Haben wir Hunger? Äh, Sattheit. Nein, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Schimpfen die mit uns? Nein, sowas. Ne, die schimpfen nicht mit uns. So, da wird sich der Peschi oder der Wojcik, werden sich aber freuen. Da haben wir tatsächlich ein paar Sachen dabei. Die sind nicht ohne. Der hat auch so einen Kelch. Okay, den hätte ich natürlich auch gerne. Der Rest ist uninteressant. Und dann haben wir das soweit. So, gleich können wir wahrscheinlich nicht mal mehr atmen, weil wir dermassen überladen sind. Aber können wir noch irgendwas machen mit Verbänden? Sind wir irgendwie dahingehend verletzt? Nein, wir sind einfach sonst ein bisschen angeschlagen. Aber ich würde sagen, das würden wir wahrscheinlich sogar wieder heile kriegen hier, wenn wir schlafen gehen. Weil da kann man sich auch ein bisschen regenerieren. Das funktioniert ja auch. Okay, das hat jetzt überhaupt nicht so geklappt, wie ich wollte. Nämlich, dass wir einfach nach Rattei reiten. Nicht dann wieder einsteige. Sondern jetzt sind wir hier halt unterbrochen worden. Du hast entdeckt Schenke zur Waldwiese. Wow, waren wir hier noch gar nie? Offensichtlich nicht. Oh, Schnellreiseort. Okay, alles klar. Da hätten wir wahrscheinlich auch schlafen können. Aber irgendwie hat sich das mit dem Schlafen, glaube ich, langsam erledigt hier. Von der Uhrzeit her. Sattheit und Co. Da sollen wir mal noch kurz gucken, ob wir hier in der Schenke nicht schlafen können. Machen wir mal. Und dann reisen wir morgen nach Rattei. Die Frage ist einfach, ob die uns nicht auch ausrauben. Wenn wir so gut... Aha, Unterkunft. Wenn wir so gut bestückt sind in Sachen wertvolle Fracht. Dann ist natürlich fraglich, ob wir nicht vielleicht sogar hier. Wie geht es dir, Heinrich? Oh, die kennen uns sogar. Ja gut, danke schön. Wo ist hier die Chefin? Wir hätten gerne ein Zimmer. Und dann haben wir da nämlich auch eine Kiste. Fällt mir gerade ein. Da könnte man tatsächlich schon was deponieren. Das Problem ist einfach, ich möchte das nicht deponieren. Sondern ich möchte die Sachen verkaufen. Also müssen wir sie mitnehmen. Also das bringt nichts mit dem deponieren hier. Aber wir können wenigstens ein bisschen schlafen. Wo ist denn hier die zuständige Dame? Ist die da drin? Damit wir ein Zimmer bekommen. Weil das Ganze ist leicht mühselig. Ne, da müssen wir das Schloss knacken. Das Ganze ist leicht mühselig, wenn man hier tatsächlich so überladen ist, wie wir es gerade sind. Geht auch nicht. Vielleicht können wir uns hier irgendwie einfach irgendwo hinhauen. Ja, das können wir. Schauen wir mal an. Schlafen. Machen wir doch gerne. Geht irgendwie nicht. Okay. Warum nicht? Hier geht es. Dann machen wir es eben hier. Da war es komischerweise ausgegraut. Okay, bis es hell ist. Wenn wir sagen bis neune. Dann ist es definitiv hell. Und ja, das reicht vielleicht sogar, dass wir die Gesundheit wieder auf 100% kriegen. Mal gucken. Und sonst kriegen wir die wieder rauf, wenn wir das nächste Mal schlafen. Wir brauchen nicht 100% Gesundheit. Wichtig ist, dass wir nicht gerade verbluten. Und das müsste so eigentlich funktioniert haben. Saatheit ist auch okay. Bisschen noch was essen dann. Vielleicht den Radteil selber. Wir schauen mal. So, sind wir wahrscheinlich der Letzte, der aufgestanden ist. Jawohl. Okay. Plätze daher. Komm daher gelaufen. Ach, und ist doch gleich wieder schön. Sobald die Sonne scheint. Sieht es einfach wieder klasse aus. Nicht pfeifen. Aufsteigen. Dankeschön. Kurz die Map bemühen. Wir sind hier. Wir müssen diesem Weg folgen. Da haben wir halt die Schnellreise. Bringt uns nichts. Weil wir sind ja immer noch überladen. Wir wollen eigentlich nach hier hinten. Dann können wir hier nämlich dann runter nach Radteil. Okay. Im Prinzip einfach dem Dingens folgen hier. Der Flagge. Was mache ich hier? Ich weiß auch nicht. Mich verheddern. So, geht es hier lang? Nein, es geht eigentlich hier runter. Gut. Das heisst, wir gehen hier mal raus. Man kriegt ja einen Drehbaum hier. Wir hätten uns wahrscheinlich hier sogar noch eine Quest oder so holen können. Denke ich mir mal. Aber wir wollen jetzt keine Quest. Wir wollen jetzt ganz einfach mal, wie soll ich sagen, das abschliessen, was wir jetzt angefangen haben. Nämlich, dass wir die ganzen Sachen verkaufen können. Was wir nicht verkaufen können, kommt in die Kiste. In Radteil. Und dann haben wir das mal abgeschlossen. Dann sind wir nämlich nicht mehr überladen. Dann können wir wieder normal agieren. Okay. Die Richtung würde stimmen. Immer noch geradeaus. Oder gibt es da eine Abkürzung? Ich muss eben sagen, als ich das letzte Mal alleine geritten bin, da beim Kloster, da habe ich es geschafft, mich im Wald dermassen zu verfranzen, dass ich da fast nicht mehr rausgekommen bin. Deswegen habe ich einen gewissen Respekt davor, hier Abkürzungen zu nehmen. Wenn man da im Wald drin an falsche Orte gelangt, sozusagen, dann hat man tatsächlich ein Problem. Da unten ist eine Brücke, weil man wirklich, man kommt da nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Also das ist dann definitiv nicht so toll. Ich muss nochmal kurz gucken, ob das stimmt. Wahrscheinlich müssen wir eher ein bisschen rechts. Das ist aber schon ein Plätz, ist ein gutes Pferdchen. Das rennt, macht und tut. So, wo sind wir angekommen? In Neuhof im Prinzip. Und jetzt müssen wir hier auf die Strasse hier runter. Und die führt uns automatisch dann da hin. Da ist eine Unterkunft. Die werden wir nicht brauchen, weil es ist helllichter Tag. Was zu essen werden wir auch sonst bekommen. So, hier einmal quer durch. Und dann würde ich mal tippen, das geht dann hier lang. Da haben wir wieder so eine Art Autobahn, sehr schön. Mit Mittelstreifen, schön begrünt. Perfekt. So, wenn ich die Flagge da oben nehme, als Angabe, dann müsste es ja eigentlich stimmen, was ich hier zusammenreite. Wir müssen einfach im Prinzip durch dieses Tal durch. Da ist er wieder, der Naturbursche. Ja, das ist dann in den Komptaren. Das haben wir schon ewig lange. Das taucht halt immer mal wieder auf. Wenn man sich in der Natur bewegt. Und ja, schaut mal wie schön es ist. Also hier in der Natur bewegen, gerne jederzeit. Oh, wer bist du denn? Was ist das denn für ein Pferd? Das steht hier einfach rum. Ich gehe mal schnell gucken. Nicht, dass es wegkommt. Oh, ich bin ja so überladen. Arg. Pferd. Okay, da kann ich aber nichts machen. Das kann ich nicht klauen. Ist ja jemand gerade um, keine Ahnung, austreten oder? Was macht das Teil hier? Naja, wenn wir es nicht mitnehmen können, dann lassen wir es stehen. Ganz einfach. Wir haben ein Ziel vor Augen. Und jetzt bin ich halt gespannt, ob wir da überhaupt was verkaufen können. Und wir wollten ja zu Wojcek. Der ist aber eigentlich auch. Ach, der ist da hinten. Okay, was wäre jetzt näher? Ach, wir gehen nach Ratai. Ist eigentlich blöd. Ähm, wir können ja zu Wojcek nachher noch gehen, falls der Müller-Pescek eben nicht alles bezahlen kann. Dann könnten wir da hinten mal noch schnell gucken. Und da vorne sieht man eh schon die ersten Ausläufer von Ratai. Jetzt müssen wir einfach quer durch. Hallöchen. Monsignore. So, und das ist nach x Spielstunden einfach immer noch ein Augenschmaus, das Ganze. Wie sie das gemacht haben hier. Wie das lebt. Und ja, einfach. Das wirkt halt tatsächlich wie echt. Also ist nicht mehr weit davon entfernt. Die Optik, muss ich eh sagen, das ist eh. Eigentlich ist das schon Fotorealismus, behaupte ich jetzt mal. Was halt fehlt, ist natürlich das Riechen. Ähm, und so weiter. Das Befühlen von etwas. Das ist relativ schwierig zu machen wahrscheinlich. Aber ansonsten, ähm, sind wir hier tatsächlich sehr, sehr realistisch unterwegs mittlerweile. Ähm, wir müssen hier irgendwie, wir müssen eigentlich nicht rein, aber wir gehen jetzt trotzdem mal rein. Wir reiten mal quer durchs Dorf durch. Hallo liebe Leute. Wir waren doch schon länger nicht mehr. Aus dem Weg, aus dem Weg, hier kommt der Ritter. So, wir wollen ja niemanden verletzen. Auch nicht die Bettler, die da stehen. Beziehungsweise die stehen nicht. Die betteln natürlich, die knien. So, hier vorne links. Das ist schon, man kennt sich dann eher mal tatsächlich aus. Das mag ich bei guten Spielen. Das fand ich bei GTA 5 schon so cool. Mit der Zeit kannte man da auch fast jede Ecke. Und konnte sogar von jeder Ecke irgendwie eine kleine Geschichte erzählen, die man da erlebt hat. So, gleich haben wir es. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Was wir da bekommen für die Sättel und für alles, was wir hier noch dabei haben. Eben diese ganzen Gewänder und so weiter. Da ist auch ein Topf. Das sieht man wieder eben. Also Essen, ein Problem mit Nahrung hat man eigentlich tatsächlich im ganzen Spiel nie. So, eher damit, dass plötzlich die Luft ausgeht. Kommt aber relativ schnell wieder in Gang. Und sieh da, wen wir da haben. Gleich einmal bremsen vor ihm. Hallo Peschi. Ist das dein Ernst? Ja, das ist eine Begrüssung. Jawohl, das ist mein Ernst. Ich würde dir gerne unsere Sachen verkaufen. Zu deinen Diensten. Aha. Okay, das klingt doch schon ein bisschen besser. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern... Ja, die sind abhanden gekommen. Genau. Ähm, verkaufen. Was hat er denn? Ähm, 1400. Okay. Wir schmeissen mal in den Warenkorb. Was wir reinschmeissen können. Ähm, der Zierkelch. Oder kann man damit was anstellen? Feinzeichen oder so? Weintrinken. Ne. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Das Schmiedeset behalten wir. Oh, und unsere Schuhe sind, glaube ich, kaputt. Habe ich mal gelesen. Deswegen war das Zeichen mit den Füssen mal da. Oh, war mal das denn her? Grundlagen des Reitens. Ach. Könnte man lesen. Oder sind wir hier falsch? In den Warenkorb. Könnte man auch verkaufen. Gebe. Warte, naja, das ist ja völlig falsch. Moment. Nochmal hier gucken. Wo sind denn unsere ganzen Sachen? Jetzt habe ich einen Durcheinander. Halt, 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 halt. Oder kauft er keine Sättel? Echt jetzt? Doch, hier unten. Da sind sie doch. Also. Ähm, Warenkorb, Warenkorb, Warenkorb. Die ganzen Gewänder würde ich auch mal wegtun. Äh, weg. 560. Schabracke, Schabracke. Reisehufeisen. Behalten wir mal. Ist zwar kaputt, kann man aber je nachdem reparieren. So, und der Rest ist eigentlich, was wir schon immer hatten und eigentlich okay ist. Hat Pferdchen noch was? Das weiss ich jetzt gar nicht. Jetzt werden wir erstmal das hier verticken. Warenkorb prüfen. Ähm, du hältst 9,33. Das hatte ich für ein Gerücht, denn wir falschen natürlich noch ein bisschen. Versprechen wir den Preis. Nun. Okay, wir hätten dafür gerne einen Tausender. Mal schauen. Ein Atmen. Wow. Oh, das ist jetzt aber eine Überraschung. Okay, da hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr raufschlagen sollen. Aber okay, wir wollen ja den Peschi auch nicht übers Ohr hauen. Das ist eigentlich auch nicht nötig. Jetzt hier. Hat Pferdchen noch ein bisschen was dabei? Was wir verkaufen könnten? Knappenschwert, Streikholben. Das sind eigentlich alles Sachen, die ich irgendwie dann doch gerne noch behalten würde. Aber das Teile hier werden wir noch verkaufen. Die Rittersporen behalten wir. Diese Beinlinge können noch weg. Die Oberkote. Okay, und das hier könnte man eigentlich auch in den Inventar tun. Damit wir mal noch ein bisschen was Schönes haben. Frauenschlappen. Was machen wir denn mit denen? Da haben wir nochmal sowas wie Schuhe. Nehmen wir auch mal noch. Und den Rest hier, den lassen wir mal. Okay, schnell bei mir selber gucken. Beim Elmännchen. Ähm, Rüstung. Schuhe. Sieht man hier irgendwie von wegen, dass die Schuhe nichts mehr sind? Eigentlich nicht. Ähm, ähm, wo hatten wir denn jetzt die Schuhe? Deutsche Beckenhaube. Ne, die wollen wir ja eben verkaufen. Wo sind denn jetzt die Schuhe hingekommen? Jetzt finde ich die Schuhe nicht mehr. Verzehrte Reiterstiefel. Biancas Ring. Da, dunkle Dingens. Ja, da verschlechtert sich das Ganze ein bisschen. Dann lassen wir das mal. Okay. Peschi, wir bräuchten dich nochmal. Wir hätten hier nochmal was gefunden. Was wir verkaufen würden. Die Frage ist, ob du dir das noch leisten kannst. Ich habe hier Dinge... Gleich wissen. Verkaufen. Die beiden Sachen. Du erhältst 100... Boah, aber das ist ja schon relativ wenig. Vermögen des Händlers. Okay. Er verkauft... Oder er kauft halt schon relativ unter Preis, sozusagen. Das kommt noch weg. Hemd von Herrin Stefanie lassen wir. Die Sachen tragen wir. Und dann würde ich sagen, den Rest lassen wir. Aber diese Oberkote, die brauche ich eigentlich auch nicht, so wie sie aussieht. Warenkorb prüfen. 446, das kann er nicht bezahlen. Aber wisst ihr was? Wir schliessen den Handel ab. Ja, wir akzeptieren den Preis. Weil wir brauchen... Lässt sich was am Preis machen? Wir brauchen eigentlich das Geld. Ähm, jetzt doch noch falschen. Wenn er eh nicht mehr hat. Was hat er denn? Ähm, alte 395. Okay. Nehmen wir. Bitte sehr. Und etwas um... Na sowas. Vielen lieben Dank. Habe ich ihm noch was geschenkt? Ach, vor lauter falsch klicken. Naja, gut. Ist das dein Ernst? Äh, ja, da haben wir den Pesci glücklich gemacht. Der zieht schimpfend von dann. Dann ist ja alles in Ordnung. So, ich bin wieder... Guck mal. Hüpf. Huch. Wir springen nicht. Warum springt er denn nicht? Was denn jetzt Kapuzin? Ist er schon wieder geladen? Nein, gibt es ja nicht. Was haben wir denn jetzt wieder noch an Bord? Ich wollte gerade zeigen, wie schön ich... Wie schön ich, ähm... Tatsächlich springen kann. Dann kommt das hier nochmal in die Satteltasche. Das Reisehufeisen brauchen wir definitiv auch nicht anmahnen. Ähm, den Händlerhut behalten wir mal. Was haben wir hier sonst noch? Komanischen Sporen. Müssen die nicht eben zum Pferd? Wenn man es genau nimmt. Machen wir mal weg. Reicht immer noch nicht ganz. Ähm... Ach, wir haben natürlich hier die anderen am Pferd wahrscheinlich. Satteltasche. So, jetzt ist es wieder gut. Jetzt kann ich wieder rennen. Ah, und hüpfen. Gut. Das hätten wir abgeschlossen. Jetzt, ihr werdet es nicht glauben, werden wir nochmal kurz schnell reisen. Haben wir was vergessen? Da wir jetzt alles verkaufen konnten, müssen wir jetzt natürlich auch nichts in die Kiste legen. Wir müssen auch nicht mehr zu Wojcek. Das hat sich erledigt. Jetzt müssen wir im Prinzip wieder hier rauf. Damit wir da eben mit Herrn Ratzig reden können. Und deswegen machen wir nochmal die Schnellreise hier hin. Die funktioniert ja jetzt. So, bitte nicht mehr überfallen. Jetzt, wir hatten schon unseren Überfall. Deswegen konnte ich nicht in Ruhe da runter reiten. Deswegen musste ich euch mitnehmen. Aber ich denke, das war jetzt gar nicht so schlimm. So ein kleiner Ausritt ist ja auch schön. Vor allem so ein bisschen dem Morgengrauen entgegen. Wurde ja gerade morgen. Das empfand ich jetzt nicht als komplett unangenehm. So, wir reisen, reisen, reisen im Sausseschritt. Energie 94, Sattheit. Ja, okay. Irgendwie ein Brötchen müssen wir noch finden. Oder knabbern. Haben wir denn eigentlich selber was dabei in Sachen Nahrung? Eine Karotte. Wir essen die mal. Sattheit 52. 54, okay. Da kommt man nicht wirklich vorwärts, wenn man das Teil... Bis, da haben wir noch das Heilmittel für mehr heute. Sollte man das nicht irgendwo mal noch abgeben? Eigentlich, die Quest ist doch durch. Was machen wir denn mit dem Ding? Eine Arznei, die ganz sicher alle Infizierten heilen wird. Ne, das hat sie eben ja nicht. Die Arznei. Hm. Na, okay. Passen wir mal drin. Gibt es ja irgendwo noch einen Topf, wo wir noch schnell was raus essen könnten. Oh, waschen. Kann auch nicht schaden. Dann haben wir das gemacht. Okay. Und dann geht es, würde ich sagen, in der nächsten Folge dann hoch zu Herrn Ratzig. Und, ja, dann folgen wir der Hauptquest weiter. Und dann gucken wir, was sich da alles ergibt. Während ich hier irgendwie verzweifelt noch irgendeinen Topf finde, damit wir wenigstens noch ein bisschen was mehr in den Magen bekommen. Weil 58 gefällt mir dann doch nicht. Oder haben wir einen Händler. Dann kaufen wir uns hier noch ein Stück Brot. Das ist eigentlich auch egal. Äh. Map. Da, ein Krämer. Okay. Da hätte ich gerne kurz mein Dingens. Ach ja, der ist da vorne. Aber der hat doch immer zu. Da muss man doch eigentlich einbrechen, wenn man da hin will. Dachte ich. Da wäre ein Feuer. Das ist aber eher zum Holzhacken. Da, da muss man einbrechen. Genau. Schloss knacken. Ne, das möchte ich nicht. Ich möchte doch nur was zu essen. Das habe ich doch, glaube ich, sogar in der Folge noch gesagt. Man hat eigentlich nie ein Problem, wenn man was essen will. Ja. Und genau jetzt finde ich keinen Topf. Ist aber auch kein Drama. Dann machen wir das ohne Topf. Wir holen uns Plätze her. Und morgen. Ja. Da geht es hier rauf. Ähm. Wo ist es denn genau nochmal? Ist das das? Nein. Wo haben wir es denn? Hä? Ach nee. Hier unten war es. Ne. Auch nicht. Hä? Wo ist denn jetzt die Quest? Da. Jetzt habe ich sie gefunden. Erstaat der Herrn Ratzig beim Aussichtspunkt von Thallenberg. Bericht. Das werden wir morgen angehen. Gut. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich möchte zum Abschluss noch ganz kurz gucken. Ja. 5000 haben wir. 5000 Gulden oder Groschen. Sehr schön. Das heisst, damit können wir auch arbeiten. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020